Hallo Leute, ich wollte mich mal kurz melden. Ja, ich bin endlich wieder am Latschen und habe es auch ein bisschen eilig, treffe mich nämlich jetzt zu einem Spaziergang, mit Abstand natürlich, mit einer Freundin, die ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe, haha, die ich das letzte Mal glaube ich im Sommer letztes Jahr gesehen habe. Da haben wir zusammen draußen gegessen, bei ihnen im Garten und ja, das ist ja über ein halbes Jahr her und jetzt müssen wir uns unbedingt mal treffen. Ich sehe noch ein bisschen verpennt aus, ich bin es auch. Genau, ja die Sonne ist nicht so richtig da, aber da hinten hinter den Wolken, vielleicht kommt sie noch raus. Wir wollen uns mal abwarten. So, ich kann und möchte euch doch nicht den View auf dieses fantastische Weserstadion hier vorenthalten. Schon schick, naja. Ja, im Moment, nicht so viel Stadt, ne? Das ist halt so, ne? Oh, die Sonne kommt raus, die Sonne kommt raus! Tada! Ich bin, 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 ich bin. Vielen Dank.